Hier ist die Botschaftsaufstellung des Heimteams mit der Nr. 10, der Memer. Silke! Und mit der Nr. 13, der Tom. Diesel! Nein, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Bei uns heute lebende Legende. Hat Ash One Cup Finale verloren? Der one and only Jürg Stiel. Du musst an deinem Charme arbeiten. Man kann nicht einen Gast vorstellen, er hat ein Cup Finale verloren. Moment, ich habe nichts anderes erwartet. Ich habe das letztens im Radio gehört. Und ich muss wirklich sagen, ich hätte nichts anderes. Also er ist auch schon Meister geworden. So, jetzt wird es langsam besser, sonst wäre ich wieder gegangen. Er hat aber auch ein Cup Finale verloren. Beides mit St. Gallen. Wir müssen gerade bei der Aktualität einsteigen. Du hast wahrscheinlich mit deinen Ehemaligen mitgefühlen. Ja gut, mit dem ehemaligen Verein, den du doch viele Jahre mit dem FC St. Gallen verbracht hast. Ein Cup Finale verliert ist scheisse. Verliere ist grundsätzlich scheisse. Und wenn man dann irgendwie so ein Cup Finale… Das ist extrem spannend, wenn du auf den Platz kommst und denkst, etwas riesiges, ein Cup Finale. Du hast ein Jahr lang, ich glaube nur fünf Runden, bis du im Cup Finale bist. Und dann ist das wie vorbei. Du machst Peng, ist vorbei und du stehst dort und hast nichts in den Händen. Und das ist ja extrem, wie du da in eine Lehre reingehst und denkst, Mann, das hat doch erst gerade angefangen. Und wieso? Und das kann ich gut nachvollziehen. Weil die Jungs dort stehen und nach einem Jahr, das nicht ganz unkompliziert war, dass du dort im Moment gar nicht mehr fühlst. Ist es schlimmer gewesen bei dir? Weil der Cup Finale von damals… Ich will jetzt nicht drauf reiten. Mach's aber. 1998. Der FC St. Gallen hat 2-0 geführt, hatte einen Penalty, hätte es 3-0 machen können. Der Cup Finale war gelaufen. Gegen Lausanne damals. Das Lausanne-Kerta-Spiel noch kurz vor Schluss. Ausgleich. Penalty schiessen. Lausanne wird Cup-Sieger. Also das ist ja die bitterste mögliche Niederlage eigentlich. Ist es schlimmer, wenn man so verliert als St. Gallen, der eigentlich der gerechte Verlierer war? Wenn man es rational anschaut, ja. Aber vom Gefühl her ist es genau das Gleiche. Also du stehst dort und denkst so… In den Händen ist es zerronnen. Oder der Sand, wo du denkst, du willst es halten, aber es geht einfach nicht. Und eben darum… Von der Dramaturgie her, ja. Aber das Gefühl bleibt das Gleiche. Ist es eigentlich ein spezielles Spiel auch? Oder ist es so, wenn es angefangen hat, hast du so viele Spiele gemacht, so viele grosse, bedeutende Spiele und dann ist so der Cup Finale und kommst du automatisch in die gleiche wie in einer normalen Meisterschaft zu spielen? Natürlich. Also das ist immer das Gleiche dann. Natürlich im Vorfeld ist es natürlich sehr angenehm, das Fernsehen und alles, und es wird alles beleuchtet und angeschaut. Es ist sehr spannend. Aber wenn du auf dem Platz stehst, ja, ich fange ja nicht plötzlich an, einfach Bälle zu fangen. Oder in der Aktion denkst du nicht, jetzt kommt der Ball zu fliegen, jetzt ist die Cup Finale. Was mache ich jetzt? Das funktioniert natürlich nicht so. Und dann bist du drinnen und je schneller du das ablegst, umso besser. Und dann ist das Spiel vorbei und du musst zuschauen, wie die anderen jubeln und im Konfettiregen stehen und den Pokal zu halten. Furchtbar. Und wir hatten noch Zuschauer. Ja. Also das ist natürlich auch noch ein wesentlicher Unterschied. Nach dieser Zeit haben wir uns daran gewöhnt. Leere Stadien. Ich glaube, wir verschrecken immer mal, wenn dann wieder Leute im Stadion sind. Letztens habe ich ein Spiel in Mexiko geschaut. Ich glaube, ich war bei Las Chivas. Und ich dachte, was machen die Leute dort? Du denkst, es sind Archivaufnahmen oder so? Ja, ehrlich gesagt. Aber voll das Stadion voll. Es ist irgendwie Legia und die Playoffs, die sie dann spielen in Mexiko. Die haben Leute drin, oder? Und das ist irgendwie schon, ich glaube, im Zusammenhang mit dem Cup Finale ist das schon wieder, dann noch ein bisschen, es tut es wie noch ein bisschen auspushen, oder? Mit den Leuten und den Fangesängen und alles. Und wenn dann irgendwie auf der einen Seite gewesen ist, aber das hast du ja gestern nicht gesehen. Aber sind wir uns einig, es hat schon die richtige Mannschaft dann schlussendlich das Spiel gewonnen? Ja, auf jeden Fall. Also, Überlegen gewesen, besser gespielt, mehr Chancen gehabt. Ein paar streitige Szenen hat es gegeben, durchaus. Da können wir ja vielleicht auch noch darüber reden. Aber ja, sie sind definitiv besser gewesen. Also, bevor wir über die streitige Szene sprechen, wir wollen auch nicht zu fest in die Matchanalyse eintauchen. Das ist ja nicht die DNA von diesem Podcast, aber wir müssen vielleicht schon noch grundsätzlich über ein paar streitige Szenen sprechen. Da möchte ich aber auch nochmal die Gewinner zu Wort kommen lassen. Gerade auch, weil es Goalie sind. Und etwas Schönes an einem Cup Finale sind nachher die Interviews mit den Siegern, die nicht mehr so zurückgebunden sind und so gestanzte Antworten sagen, sondern Freude haben. Und das ist die Szene, wo Dave Zibung, Ersatz-Goalie, Goalie-Legende in Luzern, das Interview mit Marius Müller bombt und eine Champagnerflasche in der Hand. Da, du Pokansieger! Da! Da ist es! Diese Flasche ist nur für dich. David Zibung, bleiben Sie kurz! Nein, nein, nein! Eine Antwort muss dazu, weil das ist ein ganz spezieller Nachmittag auch für Sie, David Zibung. Ihr letzten Match als Profi können mit einem guten Freund den Titel feiern. Nehmen Sie uns mit, was gerade in Ihrem Kopf los ist. Nichts! Champagner! Ich freue mich endlich, dass meine Mannschaftskollegen geschafft haben, dass der Pokal, der da vorne steht, dass der endlich auf Luzern kommt. Es ist vieles lang gegangen, bis der wieder auf Luzern kommt. Ich habe darauf gehofft, dass es heute klappt, wenn ich nicht im Goal stehe. Die Chance hätte größer gewesen, wenn Marius Müller gespielt hat, anstatt David Zibung. Schlechter definitiv nicht. Ich hatte auch einen guten Lehrmeister. Ich wollte nur keine rote Karte bekommen am Ende des Spiels. Eine sehr schöne Goli-Beziehung, Dave Zibung, Marius Müller. Marius Müller gibt es nachher auch noch zurück in einem zweiten Teil des Interviews. Ich glaube, ich weiss, ich weiss wel. Ich wollte einfach Schwiege und Dave das Ding geben zum Ende der Karriere, vor allem Dave. Schwiege hat genügend in Österreich gesammelt und wenn die zwei jetzt den Pokal hochheben, Leute, dann ist es vorbei. Das ist schlimmer als jeder Liebesfilm. Grossartig. Von Marius Müller sind wir uns interessante Interviews gewöhnt. Auf jeden Fall. Also Goli Nummer 1 und Goli Nummer 2 sind ja nicht immer eine einfache Beziehung. Nehm ich jetzt mal an. In meiner Karriere hatte ich wirklich nur einmal ein Problem. Und gut, ich sage mal, ich war meistens Nummer 1. Von daher kann man ja sagen, es ist so ein bisschen Disbalance. Aber ich hatte das einmal, sonst hatte ich es sehr gut mit meiner Nummer 2. Ich will natürlich wissen, wo. Wo hast du es nicht so gut gehabt? In Gladbach. Das war Reitmeier und das ist eine furchtbare Persönlichkeit. Gut. Lange das? Absolut. Das reicht. Das reicht. Also, mir hat ja die ganze Saison ein bisschen die Emotion gefehlt. Und Fussball ist ja sehr stark verbunden mit Emotionen. Und keine Zuschauer und keine Spannung um den Meistertitel. Und ich hatte eine sehr grosse Distanz emotional zu Fussball. Und auch darum habe ich das Gapfinal so genossen. Auch wegen dieser Szene, dass man nachher so merkt, wie eine Mannschaft lebt, wie eine Mannschaft zusammen feiert, wie es der eine dem anderen gönnen kann. Mich hat es berührt. Es ist natürlich auch noch etwas anderes. Wenn jetzt zum Beispiel IB im Gapfinal gestanden, während der gewonnen hat, wäre es wahrscheinlich nicht ganz so emotional zu und her gegangen. Wenn du bei einem Klub spielst, wo seit sehr, sehr vielen Jahren nichts gewonnen hat und der andere Klub auch nicht, und du weisst, es geht so darum, wer jetzt die Chance zum einen Titel gewinnen hat als einziger von den beiden, fieserweise, dann hast du viel mehr Emotionen drin. Und das ist auch ... Man hat es dann auch gemerkt, dass sie es ... Also das sind jetzt noch solche, die richtig gefreut haben, dass sie etwas gewonnen haben. Vielleicht fast etwas anders als IB, wo sie als Meister festgestanden sind. Ja, wobei ich muss da ein bisschen widersprechen. Gerne. Ja, ich weiss, das merken Sie gerne. Weil es ist natürlich so, auch IB, der seit vier Jahren die Titel hält, im Gapfinal aber auch nicht immer. Ich habe das bei Bayern ein wenig beobachtet. Ich meine, Bayern ist eine andere Nummer. Ich meine, die haben letztes Jahr sieben Titel gewonnen, die sind jetzt wieder Meister geworden. Und wie die Jungs sich gefreut haben. Und auch mich hat das berührt, also weisst du, die ganzen Abgänge, wo Alaba und Konsort jetzt weggehen. Und wie du gespürt hast, wie das eine Mannschaft ist und wie die sich untereinander gefreut haben, wie sie sich irgendwie auch, wo sie etwas traurig sind, dass sie wissen, es ist jetzt wieder etwas vorbei. Und das hat nicht mit den Menschen zu tun. Und da glaube ich auch bei IB, das wäre genauso ausgelassen gewesen. Nur, was wir natürlich reinbringen, ist so, Luzern, St. Gallen und ja, beides Fussballstädte. Und das finde ich eigentlich noch spannend, weil du hast natürlich im Vorfeld natürlich auch aus Luzern, die haben schon lange keinen Titel mehr gehabt, da gebe ich dir recht. Und bei St. Gallen ist das gleich. Aber, von der Emotionalität her, würde ich da keinen Abbrauch haben. Auch bei Bayern, ist es nicht bei Bayern mehr so, sie stehen unter einem extremen Druck, um die Titel zu holen. Und wenn du dann dort unten hast, ist das vielleicht, also sie freuen sich sicher, in Zweifelzoli, das glaube ich schon. Aber wenn du natürlich achtmal in Serie gehst, ist es schon etwas anderes. Es ist mehr so, ah yes, wir haben es nochmals geschafft, trotz all dem Druck, und wir mussten das holen, und wir haben es auch geschafft. Die leben mit dem Druck. Also weisst du, das ist für uns wie Nutella-Brötchen essen. Das heisst, die wachsen dort auf, und wenn du zu Bayern gehst, weisst du das, und wenn du das nicht aushaltest, dann bist du nicht lange dort. Also für dich ist der Druck nicht dieser Druck, der ein wenig von aussen wird das reingetragen. Aber eine Freude, auf Dave Zibung bezogen, also wenn man da schaut, Luzern hat vier Kupfinal hintereinander verloren, 97, 0, 5, 0, 7, 12. Und der Zibung ist auch oft dabei gewesen? Ja, Zibung war etwa einmal dabei, darum sagt er, er hat gehofft, dass wenn er einmal nicht im Goal steht, dass es vielleicht dann klappt. Also man mag so Figuren beim Dave Zibung, die jetzt auch aufhört. Ist es dann die gleiche Freude, wenn man nicht einmal gespielt hat? Ich weiss nicht. Also, der Dave Zibung ist so fest Luzernler. Kannst du mich anschauen? Ich habe ja gespielt. Ich tue jetzt für den Dave Zibung antworten. Ich glaube, der Dave Zibung ist so fest Luzernler und so fest verbunden mit dem Verein, dass es dort sicher eine grosse Freude ist. Hingegen, wenn du Söldner bist, der alle zwei Jahre den Klub wechselt, dann geht es dir schon mehr um dich wahrscheinlich und dann ist es nicht so eine grosse Freude, wenn du auf der Bank hockst, wenn der Titel kommt. Also die Verbundenheit von Dave und Luzernler. Ich meine, er ist 18 Jahre in diesem Verein gewesen. Er ist für mich ein Ur-Luzerner. Er ist ein super, super, mega positiver Typ und er ist sehr sympathisch und er hat etwas auf der Platte. Und gut, ich mag natürlich solche Typen. Das ist das eine, also die haben Charisma, die stellen etwas dar. Und nebenan der Marius Müller, den ich, finde ich, gigantisch sein Interview. Also nicht nur das jetzt gestern, wo er irgendwie damals zuerst gesagt hat, bringe ich dir das nicht. Wolltest du den noch bringen? Nein, ich habe ihn leider nicht. Ich habe den verdammten mit Göttin angekommen und wir schaffen nicht mal das Mikrofon auf meine Höhe. Das ist überragend. Ein einsteiges Interview. Ich habe mich weggeschmissen. Das finde ich so Sachen, die finde ich gut. Also weisst du, obwohl uns da wieder viele sagen, ich habe ja nicht mal ein anständiges Interview. Nein, super. Vergiss es, das macht der Frussball aus, das Leeren im Kopf, aber natürlich positiv Leeren, was Dave gesagt hat. Und der Marius sagt, Mann, ey. Also das finde ich, das... Das muss man ja auch hören. Das andere hat man hundertmal gehört. Ich danke der Mannschaft. Ja, ja, genau. Ich bin froh, dass ich meinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft das... Analysieren und so. Ich muss auch sagen, der Basile Stillhart, der nachher hingestanden ist, auch sehr deutlich geantwortet. Ja, ja. Und ich wünsche mir das eigentlich mehr. Ja, viel mehr. Also weisst du, das ist so im Deutsch, kannst du das sagen. Also ich meine, ich habe x Beispiele erlebt, wo dann auch der Sportdirektor zu mir kam und sagte, sag mal, kannst du das nicht anders sagen? Nein, ich kann nicht anders sagen. Das ist das, wo mir dann rauskommt und ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus. Natürlich, es muss ein bisschen Inhalt haben, aber ich meine, wenn ich es immer mal ehrlich, jetzt stehst du da hin und hast irgendwie gerade den Köp gewonnen. Was sollst du denn dort sagen? Ja. Und auch die Plattitüden, die normalerweise niemand hören will. Ich bin froh, dass wir uns belohnen für die grosse Aufwahl. Ja genau, wir haben so fest gearbeitet das ganze Jahr. Aber es ist halt immer, es ist ein bisschen zweischindig. Auch wenn Basile Stillhart nachher steht und sagt, sorry, wir sind einfach schlechter gewesen. Also Luzern hat für die viel besser gewesen alles. Und du hast gleichzeitig natürlich die ganze Anhängerschaft, die auf den Köp-Final hingeplant hat und die haben das Spiel geguckt und die haben das Spiel natürlich anders gesehen als die Spieler. Die haben einfach gesehen, wir sind benachteiligt worden auf dem Scheidsrichter, wahr, haben einen Eingriff, alles wüsste. Und das ist ein Spieler, der sagt, nein, wir sind einfach scheisse heute, wir sind einfach viel schlechter gewesen. Dann kommt wahrscheinlich schon auch vielleicht ein Medienchef mal hinzufüren und sagt, das nächste Mal vielleicht ein wenig nicht so ganz gegen unsere Mannschaft schiessen. Dann würde ich dem Medienchef entlassen. Ja und der Stillhart, so wie ich ihn einschätze, ich kenne ihn nicht, wird dann auch dem Medienchef sagen, weisst du was, rutschst mir den Buckel ab, weil ich bin so, wie ich bin. Und das finde ich, das macht ja dann der Fussball auch aus. Also, strittige Szene. Wahr-Diskussion, ich will sie nicht gross führen, weil es ist ein bisschen langweilig. Natürlich, St. Galler findet es wieder, es ist schon offenkundig, dass es, wenn es eine wahre Entscheidung gegen jemanden gibt, dass es meistens wir sind. Was mich interessant ist beim 3 zu 1. Pascal Schürpf, wo das SRF nachher die Linie gezogen hat, wo man eigentlich auf der Linie sieht, das wäre eigentlich Abseits gewesen. Und dort, das würde ich gerne wissen, wenn man noch eine Bar hat, kann man sich in der Schweiz keine kalibrierte Linie leisten. Das müssen wir mal sammeln, damit es auch für die kalibrierte Linie reicht. Das lassen wir weg. Sorry, ich habe das gestern angeschaut. Und ich habe schon gedacht, als er losgelaufen ist, hat er gesagt, das wird ganz knapp. Das habe ich auch gedacht. Und dann war ich eigentlich überrascht, wie schnell ich das hier irgendwie ... Ja, das war cool. Und dann dachte ich, ja. Und wenn du natürlich international schaust, Champions League und so, da geht es manchmal um zwei Zentimeter, wenn es viel ist. Und das mit der kalibrierten Linie, das checke ich in dem Fall nicht. Warum haben wir die nicht? Ich weiss es nicht. Das geht doch nicht. Dann machst du grossartig wahr. Ja. Und die Kalibrierten. Also ich glaube, ich bin wie du zum Sammeln. Ich fände es wichtig. Ein Crowdfunding? Oder mehr mehr? Wieso haben wir keine kalibrierte Linie in der Schweiz? Hat es für das gerade nicht mehr gelangen? Offenbar ist das wirklich eine finanzielle Frage. Weil sonst hätte man es ja sicher gemacht. Alternativ, es gäbe sicher eine billige Variante, in der man am Platz war, sagt man es einfach auf der Linie, man müsste einfach nur 20 Linien machen, damit man es dann immer auch gerade sieht, die richtige Linie. Aber sonst ist das wirklich eine technische Frage, die halt irgendetwas kostet. Die Ware-Einführung hat schon sehr viel gekostet für das SFL. Und wahrscheinlich haben sie gefunden, gut, das leisten wir uns jetzt noch nicht. Darum schauen wir zuerst, wie die Ware funktioniert. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, wenn du gerade abseits, wo oft eine sehr strittige Entscheidung ist, und dann hast du das einzige Mittel, das definitiv eine klare Aussage macht, ob es abseits war oder nicht, dass du das nicht hast. Das macht keinen Sinn. Das ist ganz klar. Abseits oder nicht, zieht man eine Linie, das ist immer klar. Alle anderen Entscheidungen sind immer auch Interpretationssachen. Gerade auch die beiden Penalti-Entscheidungen, aber eben keine Penalti gewesen sind. Darüber kann man diskutieren. Darüber bin ich auch. Das ist jetzt nicht eindeutig. Nein, natürlich nicht. Aber das macht das Leben nicht nur schwerer. Vielfach sind es Abseitsentscheidungen. Ich habe keine statistischen Werte, aber ich glaube schon, das ist eigentlich die meiste Situation, wo du schauen musst. Weil das geht so schnell. Und ich meine, ich bin kein Scheidsrichter. Nein, Horror. Ich war auch nicht immer freundlich mit Scheidsrichtern, aber ich sehe das mittlerweile, in meinem Alter sehe ich das aus der Distanz, und sage, es geht extrem schnell. Und extrem knapp. Ja, und es hängt extrem viel davon ab. Ja. Macht der Schürf das 3-1, oder macht das nicht. Oder gibt es nachher, weil der Marius irgendwie den Görtler umhaut. Ja. Und den siehst du auch, der kommt zu spät. Also weisst du, aber das ist dann wirklich eine Diskussion. Aber der mit dem Abseits, der kann eigentlich keine Diskussion sein. Und eben, weil sie ja so knapp ist, gerade beim Schürpf. Also du siehst es auf den Linien und sagst, okay, wenn jetzt das SRF selber eine Linie einzeichnet, dann sieht es aus wie Abseits. Wäre es mit einer kalibrierten Linie auch oder nicht, dann geht es ja um so wenig. Ja. Komm, ist mir jetzt gerade vorne mein Lieblingsabseits von der Fussballgeschichte in den Sinn gekommen, wo Jürgen im Goal gestanden ist. Im 0-4, Schweiz-Kroatien. Ich bin nach einem Freistoss und ihr habt den Abseitsfallen geschnitten. Moment mal. Das ist so geil. Also ich war live dabei, ich habe es vorhin gesehen. Das ist so geil. Der Bernd Haas hat geschlafen. Alle, alle Schweizer sind rausgelegt. Irgendjemand ist abgelaufen. Der Bernd? Der Bernd ist klar wie sie. Also Bernd, verzeih mir, wenn ich dich fälschlicherweise in mir... Es ist hundertprozentig der Bernd Haas. Er läuft hier zum Freistoss, ausserhalb vom 16. Dann laufen alle Schweizer raus und es stehen sechs Kroaten dort und der Bernd Haas. Also ich bin nicht rausgelaufen. Nein, du bist schon nicht. Der Köbi hat zu mir gesagt, du musst bleiben. Nachher hat es, glaube ich, gerade eine Doppelschaste. Ja, das ist eine Doppelschaste. Du hast beide Kratzen. Ja, unglaublich. Es war wirklich eine unglaubliche Parade. Es war eher eine unglaubliche Euro-EM. Es war auch die EM, wo Jürg Stiel im Rück- zurückrennen einen Ball, der richtig goal gekullert ist, gerade noch abgefangen hat, im Rutschen und dann liegen geblieben ist auf der Linie und der Ball mit dem Kopf liegend gestoppt hat. Auch gegen Kroatien, oder? Ja, gegen Kroatien. Wobei, das wäre auch peinlich gewesen. Stell dir vor. Ich habe das mal gesehen, das war ein Befreieschlag vom anderen Sechzehnen. Ich bin irgendwo da im Kroatus gestanden. Wenn der reingeht und der Flischerspiel 1-0, dann reden wir heute auch und dann bin ich gar nicht da. Dann lässt du mich gar nicht ein. Er ist recht. Aber es ist, wenn wir jetzt gerade bei dieser Szene sind, es ist schon, also, du erreichst den Ball noch, es gibt verschiedene Momente in dem Prozess. Zuerst denkst du, Scheisse. Und dann rennst und dann denkst du irgendwann, ah, das könnte langen. Sag mal, bist du dabei gewesen? Wir kennen uns noch gar nicht lange. Ich habe das gar nicht erzählt. Du mich in deine Situation befest. Oh! Und dann hast du ihn, und dann rutschst du schon, und dann rollt er auf dich zu, du liest und dann sagen, weisst du was, jetzt stoppen einfach mit dem Kopf, weil die cool Sau bin ich jetzt. Den Moment nutze ich, um in die Geschichte eingehen. Ja gut, das drängst du natürlich nicht. Aber es ist effektiv so, dass er in dem Moment, wo du, der Ball hat ja ganz, es ist ja die, die sind die Bälle gewesen, die sich dort angefangen haben zu verändern. Rotero. Rotero, das war so der erste von der Sorten, wie sie jetzt heute haben. Die, die flatterten und so. Genau, flatterten und auch, es hatte eine ganz, komische Kurve, die er den Boden berührt hat und dann so flach weggegangen ist. Und er dachte so, ups, und dann bist du mal gerannt. Und es ist genau so, wie du gesagt hast. Irgendwann weisst du, ah ja, funktioniert. Ani, Ani. Und dann, ja gut, du kannst ja auf den Ball hechten und mit dem Ball ins Goal rutschen. Das ist auch gut, Und das ist eigentlich so der trickiest, die Momente gewesen, um den Ball herumzukommen, wenn du da leischt. das kannst du ja machen. Also wenn du es nicht machst, du bist blöd. Also man sieht ja in dem Moment, wo du leischt, der Ball kommt und du mit dem Kopf stoppen die Genugtauung, wo du findest, yes. Geil. Ich weiss noch, mein Bruder hat mir dort nach dem Spielen eine SMS geschickt. Er sagt, zuerst eine Gitarre und dann kommst du auf mich. Igita ist der Skorpion. Skorpion. Fast noch legendär. Nein, aber der ist spearweich. Was ist der spearweich? Der ist supercool. Mach ihn mal. Ja, natürlich, aber dass du den machst, da bist du nicht ganz putzt. Ja. Gut, das war ein Freundschaftsspiel, aber trotzdem. Immerhin. Moment. Ich kann gerade sagen, weil es war ja nicht mit den kolumbianischen Nazis, aber da musst du schon, also da musst du echt einen drauf. Und vor allem, wie er nachher an uns steht, nachdem er es gemacht hat. So geil. Ich muss jetzt für die, die das nicht gesehen haben, schnell beschreiben, wie das ist. Also der Ball kommt hoch, Igita kommt vorne, unter dem Ball durch und zieht hinten die Fersen an und kickt einen Scorpion-Kick mässig aus dem Goal auf der Linie. Auf der Linie. Also ja, grossartig. Also, ähm, wir wollen nicht über Wahr und Penalti reden, aber wir nutzen die Gelegenheit, um ein Thema aufgreifen, das der Memer schon zwei Monate vor sich hertreibt, nämlich der Penalti an sich. Ja. Also Penalti-Szene, die erste Szene, die ist an der Grundlinie. Mehr oder weniger, nicht ganz. Aber der Johann geht von der Seite ins Strafraum, ich meine, äh, ziemlich an der Grundlinie. Und, äh, ich finde, Penalti-Würdig zurückhebt, er fällt, er kommt aus dem Gleichgewicht und stürzt. Und dann ist... Ich sage ich jetzt zum Beispiel nicht, man sieht auch nicht, was mit der Hand passiert ist, aber du weisst ja, Fussballer sind ja auch... Er hat sie dort. Er hat sie dort, aber er kann auch nur touchiert haben, der Schulter und der andere findet, oh, eine Hand, geil. Ja, also du weisst ja, das ist das Problem von dem, dass die Stürmer natürlich den Vorteil für sich nützen. Das heisst, du hast 47 Kamerainstellungen und irgendeiner sagt, das müssen wir anschauen. Und, äh, aber, äh, auf die feinen Berührungen, ich meine, sie haben gelernt, so zu fallen, dass es eben aussieht wie Penalti. Aber wenn man irgendwie all das... Gimeno hat es noch nicht gelernt. Gimeno fällt immer noch so, dass er der hinterletzte ausserhalb vom Stadion sieht, okay, das ist voll retro. Er macht immer noch die 90er-Jahr-Schalben, wo du einfach so einkehst. Ja, gut, äh, der Gimeno hat auch das Problem, dass natürlich die Scheidsrichter auf das extrem affin reagieren mittlerweile. Hat er sich erarbeitet, natürlich, der Urte. Ich merke, das ist der Trashtog. Ja! Das ist immer Ironie und Satirik, das ist unglaublich. Und, äh, und dort ist natürlich wieder das Problem, gestern der erste ist überhaupt kein Penalti. Wobei, der zweite, wo der Marius, also ich meine, der Göttler köpft den Ball. Am Goal vorbei. Ja, ja, das ist aber egal, aber ich meine, und dort habe ich auch andere gesehen, wo Penalti bekommen, die sagen, ja, aber jetzt müssen wir rufen. Aber auch dort, schlussendlich, wenn man alles pfeift und nur noch Penalti gibt. Ich meine, wir haben ja die, die furchtbare Geschichte mit dem Henz, wo ja irgendwie, ich, nein, ehrlich, da wird man schlecht. Ja, gut, aber, also ich habe ja heute Nachmittag noch einen Termin, also, ich mache das ein bisschen länger. Also, wir können gerne auch mit dem Henz im Strafraum reden. Nein! Es geht ja eigentlich ums Grundsätzliche. Es ist ja so, dass der Penalti, wenn man das mal historisch anschaut, der ist irgendwann mal eingeführt worden, noch vor 1900, mit dem Grund, wo sie gemerkt haben, ja, da gibt es jetzt schon Spieler, die sich zunutze machen, dass, ah, ich kann ja, bevor ich den jetzt irgendwie an einem sicheren Torschuss hindere, haue ich ihn noch um. Und es gab damals einen Aufreistoss. Dann haben sie gefunden, das reicht irgendwie nicht, man muss eine schlimmere Bestrafung an. Dann ist der Penalti eingeführt worden. Dann ist er eingeführt worden, mit dem Grund, du hast eine klare Torchance verhindert, also, kommt der andere Penalti über und hat dann nochmal äquivalente Torchancen. Aber es hat sich mittlerweile ja sehr gewandelt. Jetzt gibt es ja den grossen Strafraum, also, der hat es vielleicht auch schon früher gegeben, das weiss ich nicht. Aber jetzt ist es, wenn wir jetzt gerade die Szene vom Gap-Final nehmen. Der Yuan läuft praktisch an der Grundlinie in den Strafraum hinein. Er wird dort, auch wenn er gefällt wird, ist das von dort, wo er steht, keine grosse Torchancen. Es hat noch ganz viele Verteidigungen, es hat noch einen Goalie, der Winkel ist schlecht, es ist alles miserabel. Trotzdem, wenn das faul pfiffen wird, kommt er eine riesige Torchancen rüber. Und das ist gerade mein Grundproblem mit dem Penalti, dass alle Vergehen in diesem Strafraum werden mit dem Penalti gehandelt, egal ob sie grosse Torchancen waren oder nicht. Und darum hast du das auch, wenn einer, auch du kennst das als Goalie, dann kommt ein Stürmer irgendwie schlechter Winkel und läuft irgendwie am Goalie vorbei. Oft probieren sie ja dann, okay, ich lege irgendwie den Bölle vorbei, es ist völlig egal und wirf mich dann in die Hände vom Goalie. Und es ist irgendwo an der Grundlinie. Von dort schiesst niemand das Goal. Niemand. Also müsste es eine Regeländerung geben. Ich stosse jetzt schon einmal an. Revolution. Achtung. Nur wenn eine klare Torchancen verhindert ist, muss es einen Penalti geben. Und sonst muss es eine Alternative geben. Zum Beispiel einen Freistoss von dort, wo das Vergehen passiert ist oder irgendetwas Ähnliches. Aber du kannst nicht überall einen Penalti geben. Darum wird der immer gesucht. Überall in diesem Strafraum rum. Gehen sie dort rein. Seitdem ist die Schwerkraft innerhalb des 16er massiv stärker als Ausserhalter. Völlig andere als Ausserhalter. Jörg, was sagst du zu dieser Idee? Also die Idee im Grundsatz ist sie nicht schlecht. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo der Neuer gegen den Reus und der Ball irgendwie, das war beim 3-1, glaube ich, wo die Bayern von Dortmund verloren hätte. Dann lädt der Ball vorbei und der geht ins Auto hin. Und dann streckt er seinen Fuss noch so raus. Obwohl der Neuer schon die Hände zurückzieht. Er läuft aber trotzdem noch in die Hände hin und gibt ein Penalti. Das kann ja nicht sein. Eben. Da wäre aber der Wahre wieder gefragt, um zu sagen, das machen wir nicht. Aber, ich sage, es verkompliziert natürlich die Geschichte nochmals. Und dann sind wir irgendwie ... Von diesen 90 Minuten sind wir wahrscheinlich 45 Minuten ständig irgendwie ... Weil es ist das Ziel, immer in die 16er zu kommen. Oder mindestens irgendwo in die Nähe der 16er. Also das heisst, das dann noch wirklich realistisch durchführen zu können, das glaube ich auch nicht, dass das funktioniert. Also weisst du, die Idee finde ich super, macht Sinn, weil ich manchmal auch denke, ja, aber jetzt hören Sie mal auf. Das kann doch echt nicht ... Auch wenn das von mir aus ein Faul ist, dann müsste man indirekt freistauschen, dann weiss ich was geben, aber sicher kein Penalti, weil für das ist es zu wenn. Ich verstehe deine Idee. Kann ich nur sagen wollen. Und es gibt ja auch etwas anderes. Weisst du, jetzt haben es zum Beispiel angesprochen, wenn irgendjemand flankt und jemand gerade ein Zentimeter hinter der Strafraumgrenze kommt der Bölle irgendwie saublöden Hand, ich habe nicht einmal etwas gesehen, aber es gibt Penalti. Dabei ist es nichts anderes gewesen, als einer hat probiert, ihn in den Strafraum zu flanken. Und er ist am ersten Hindernis gescheitert. Also es gibt definitiv keine grosse Torschance. Nachher gibt es aber Penalti. Und das ist einfach keine Verhältnisläsigkeit. Ja, aber ... Das ist ein Niederpunkte-Spielfussball. Das einzige Goal ist so extrem wichtig, dass du nicht für jeden Scheiss Penalti stattnehmen kannst. Du merkst, wie wichtig es immer ist. Ja, ja. Das nervt einfach. Ich spüre ihn gerade. Und ihr seht ja auch, jetzt kommt wieder ein grosses Turnier. Und sobald es natürlich wichtige Spiele gibt, nimmt der Anteil von Penaltis massiv zu. Ist das statistisch? Ja, ja. Kao-Rundenspiel Champions League, dort fängt es nachher so richtig zu nehmen bei Endrundenspiel, bei WM und EM und dann nachher Viertelfinale, Achtelfinale sowieso. Extrem. Gut, da mache ich es mir ein bisschen einfacher. Und zwar am Ende vom ... Jahr oder der Saison ist es natürlich immer so, dass es gewisse Gerechtigkeit und gewisse Ausgleichheit gibt. Das kannst du natürlich einem nicht sagen, der im Viertelfinale ausgeschieden ist. In vier Jahren haben wir ja wieder eine WM. Ja gut, aber dann hätte er vielleicht auch etwas unterlassen, was er hätte machen sollen. Also weisst du, ich sage mal, wenn du natürlich eine unterlegene Mannschaft bist und kommst nicht so viel in 16 wie jetzt eine überlegene Mannschaft, dann ist das dein Problem, dann musst du das verbessern. Aber wenn man da anfängt, jetzt irgendwo überall noch etwas ziehen und zupfen, weil bei dieser Geschwindigkeit, also bei der Athletik, die in diesem Sport mittlerweile ist, das hat sich auch massiv verändert in den letzten 30 Jahren. Und auch bei der Geschwindigkeit durch die Athletik, das alles noch irgendwo, dann machen wir ein Schachspiel daraus. Und ich finde, das ist immer die Diskussion. Wir sitzen hier zu dritten zusammen und wir können über Hands, über Penalty, über kalibrierte Linien, über nicht kalibrierte Linien können wir stundenlang diskutieren. Aber das macht es doch aus im Fussball. Da wird er sogar, ich meine, der Memer wird ja völlig irgendwie emotional. Das habe ich ja gemerkt. Also es hat ja so, hast du gesagt, die Schwingungen hast du sie gespürt. Ja, ja. Man kann auch noch etwas ausmachen, übrigens ist mir jetzt gerade noch spontan in den Sinn gekommen. Man könnte auch den Strafraum noch unterteilen. Sagen wir, der Strafraum bleibt gleich gross für Eugolis, dass man sie überall dort in die Hände nehmen, weil das hat sich, glaube ich, durchgesetzt. Das ist okay von der Grösse her. Aber dass du innendran noch wie einen Halbkreis machst, der kleiner ist und nur dort drin gibt es Penalty. Wie im Handball? Ja, so irgendetwas kleines und es muss rund sein, damit eben nicht die blöden Ecken, wo überhaupt nichts passiert, nur Penalty sind. Und Verteidiger werden umausbildet zu Kreisläufern. Ja. Und dann müssen sie auch so nicht rumgucken. Wir machen es ja jetzt schon mit den neuen Handsregeln. Wir müssen ja auch so rumlaufen wie Kreisläufer. Aber können wir uns darauf einigen, sagen, dass die Erfindung von Penalty-Schiessen eine grossartige Erfindung ist? Super. Nein. Nein, Penalty-Schiessen ist auch ein Quatsch. Es ist super. Es ist schon lässig. Es ist emotional und es ist dramatisch. Das Spiel muss entschieden werden, wenn es nach völlig 90 Minuten umverlängt wird. Du willst Münzen rühren? Nein, es ist so, dass es sicher Sinn gemacht hat. Bis in die 70er Jahre gab es ja kein Penalty-Schiessen und dann haben die Leute wirklich Münzen gerührt. Italien kam im EM-Finale per Münzwurf 1968. Das macht überhaupt Sinn. Zürich kam auch mal gegen die Galatasaray mit dem Münzwurf. Dass das erfunden wurde, ist gut. Nachher finde ich die Ausführung etwas bitter. Einfach den Böller anlegen und schiessen. Habt ihr mal die Penalty-Schiessen gegeben? Die Shootouts, die es gab in der amerikanischen Liga in den 90er Jahren? Das ist ein Penalty wie Mies-Hockey. Du laufst mit dem Ball an. Und du hast nur 5 Sekunden Zeit zum Abschliessen von der Mittellinie. Sie starten dort wie so Sprinter. Sie sind schon dort in den Knie, nachher Achtung fertig, los, nachher seckelt es los. Es sind dort in den 90er Jahren in der MLS nicht die besten Fussballer gespielt, darum haben die meisten einfach den Goalie angeschossen. Aber als Goalie ist es doch auch geiler. Wenn ich den Jürg richtig spüre, finde ich es nicht so. Komm jetzt, einer, der allein auf dich zukommt und du hast noch Chancen, Winkel verkürzen, entgegen gehen, zurückgehen, mehrere Möglichkeiten als einfach auf der Linie bleiben. Und jetzt kommt er auf dich zu und du haust ihn um. Wo gibt's denn? Penal. Dann gibt's rote Karten. Ja, und dann läuft er aufs Goal und dann musst du den Goalie noch einwechseln. Also, nehmen wir, sorry. Das wird kompliziert, finde ich. Also, weisst du... Das ist ja auch nicht kompliziert. Das ist zum Zuschauen viel geiler. Ja gut, ich finde so ein Penal-Scheissen auf kleinem Raum und das 1 gegen 1, wo du auch Gesichter siehst, das finde ich viel spannender. Weil das ist so viel Adrenalin und auch für Zuschauer. Und ich meine, der läuft da, der hat die 5 Schritte und das ist Adrenalin pur. Und das ist aber auch für den Zuschauern. Von was lebt der Fussball? Er lebt von Spannung. Was finden wir langweilig? Unspannende Fussballspiele. Und nur, glaubst du wirklich, weil einer aufs Goal läuft und irgendwie so... Ja, nein... Viel Geld. Du hast mehr Möglichkeiten. Du kannst loppen, du kannst sie vorbeischieben, du kannst einen Ausdruck... Bei den Junioren haben sie solche Dinge gemacht, haben sie es ausprobiert. Und ja, bei den Junioren finde ich das okay, aber irgendwann musst du Penalty-Schweißer gehört zum Fussball. Jetzt können wir aufhören und diskutieren über den. Gut, ich gebe auf. Das machst du nur, weil die Senderzeit irgendwann rum ist. Es gibt einen Held. Meistens. Oft ist es auch der Goalie, der einen entscheidenden kratzt. Natürlich. Die tragische Hilde. Natürlich. Euer Cup-Final damals im 1998 war Paddy Bühlmann. Vor kurzem auch noch da gesessen. Wir haben gar nicht ganz vergessen, dass er ja eigentlich der war. Das hat er uns verschwiegen. Ich habe nicht mehr daran gedacht. Wie tröstet... Ich wusste es auch nicht mehr. Ich wusste es auch nicht mehr. Paddy Bühlmann. Ich weiss nur, dass ich keinen gehabt habe. Du hast keinen gehabt? Ich war schlecht. Wie schuldig fühlt man sich als Goalie? Man sagt ja, beim Penalty sie gehört dem Schütz und wenn der Goalie einen kratzt, ist er eh ein geiles Sieg. Ja gut, aber Martin Brunner, der dort bei Lossen im Goalshahn stand, hat er zwei gehabt. Ja. Das war der Unterschied. Ich sage nicht, wir haben wegen mir das Penalty-Scheiß. Wie unsere Jungs dort geschossen haben, war das auch nicht 1-A gewesen. Aber obwohl du sagst, der Goalie könnte... Du musst in diesem Moment, wenn du wirklich ein guter sein willst, einen halten. Aber es sagt halt niemand nach einem geschossenen Penalty, wo erinnerst, niemand, den hätte er jetzt haben müssen. Nein, natürlich nicht. Und ich weiss auch, dazumal Lossen hat wirklich einen guten Penalty geschossen, aber du musst auch trotzdem einen halten. Ist egal. Sonst wärst du nicht der Sieger. Das ist immer wieder dort zu sagen, was hat Luzern gestern gemacht, was St. Gall nicht gemacht hat. Also irgendwo gibt es einen Unterschied. Und das ist halt bei uns auch der Unterschied, warum habe ich nicht in den 89. Minuten den Ball und und und. Also das... Obwohl man sagt, ja, kannst du eigentlich nicht halten? Doch, kannst du halten. Es gibt Goals, die kannst du nicht halten. Das ist so. Aber irgendwo das spüre ich von einem Goalie, wo du sagst, du hast verloren, du hast in der letzten Minute noch ein 1-1 kassiert. Dann sagst du, hm, hätte ich doch und so. Also das geht schon einem vor. Wie willst du denn weiterentwickeln? Das ist etwas, was mich auch ein bisschen nervt. All diese Unhaltbaren. So viele Goals sind unhaltbar. Also es sieht meistens der Kommentator und so, dieser war unhaltbar. Unhaltbar ist eigentlich fast keiner, oder? Ich gehe mal um, wenn sie sagen, eine Riesenparade. Dann sage ich, stell dir mal vor, der Ball geht rein, was sagst du dann? Ja, der muss er halten. Also weisst du, wenn du das umkehrst, dann sagst du, ja, ein Riesenhecht, aber für irgendetwas bist du ja Goalie, also ein Heppel. Oder ob das mit dem Fuss, mit dem Kopf oder mit dem Knie machst, das ist eigentlich völlig uninteressant, hält man einfach. Und darum sage ich, das unhaltbar. Ja, das habe ich einmal gesagt. Ja, aber alles, was reingeht, ist unhaltbar. Sonst hätte ich es gehabt. Also gut, das ist ja, so kannst du mal Interview geben, wenn du ab und zu mal einen Heppel hast. Gleich die hundertprozentige Chancen. Nein, sie ist eben offensichtlich nicht hundertprozentige Chancen gibt es nicht. Die gibt es ja wirklich nicht. Also jetzt ist ja das neue Mittel zum Messen, wie gross es ist, das Expected Goals-Modell, das gemessen wird, nach wo ist der Abschluss gewesen, welchen Winkel, welche Distanz und alles und dann, Jörg, macht schon die Augen zu. Ja, aber das gibt es und dort ist ja die Gründe. Der Penalty ist glaube 0,75 oder so. Okay. Und der ist ja eigentlich, kann man sagen, 100%ige Torschuss, so zu sagen. Und ich glaube, höher als 0,75, ich weiss gar nicht. Ich weiss nicht, ob es 1,0 Chance ist. Bist du gegen Mathematisierung vom Fussball? Ja, ich habe vorhin gesagt Schachspielen, oder? Und in dem Sinne, ich finde, manchmal, und ich habe das auch lernen müssen, dass Statistiken zum, sagen wir mal, auch um einen Goali, die du betreust, oder mit dem du trainierst, auch mal eine Sache klar zu erklären, weil das versteht sie. Oder du kannst etwas sagen, schau, da und da sind sie eben jetzt. Aber wenn sie dann sehen, okay, 2,3 Goal pro Match, kommst du rüber. Das ist noch viel. Das ist noch viel, ja. Also weisst du, dort kannst du, aber wenn ich jetzt der Memer mit so etwas sage, ich meine, das ist Wahnsinn. Ja. Und dort sage ich, die Weiterentwicklung, die wir ständig haben, manchmal sind es alte Sachen, die einfach neu benennt werden. Und gegen das bin ich. Also weil, schlussendlich ist Fussball elf gegen elf, zwei Goalie, ein Ball. Und am Schluss gewinnt Deutschland. Das ist nicht mehr so. Das hat sich eben leider etwas verändert. Aber ich weiss, was du meinst. Eigentlich geht es ja mehr darum, dass man, es geht ja auch um wirtschaftliche Interessen. Alle Spieler müssen irgendwie so verpackt werden, dass ihre Wertkarte errechnet werden. Und wenn du halt irgendwelche Zahlen hast, die gut sind, dann fallst du irgendwie auf und alle schauen halt dich an. Und früher hast du vielleicht noch einmal angerufen und gesagt, hey, ist das ein guter Spieler? Und dann hat sein Coach oder wer auch immer, oder ein Experte gesagt, ja, der hält jeder rein. Und heute reicht das halt nicht mehr. Heute willst du so, hey, ich habe hier die Liste. Und die hast du trotzdem einen Witz. Ich gebe es dir recht. Es geht ja um Folgendes. Du hast einen Spieler, der macht heutzutage in der Champions League so zwischen 12 bis 13 Kilometer. Du korrigierst mich, falls ich ein falsches. Das ist wahnsinnig viel. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist natürlich ein Teilneuer. High Intensity, also Sprint und all die ganzen Geschichten. Jetzt macht einer 15 Kilometer. Das ist ein überragender Spieler. Dass der aber 7 Kilometer von diesen 15 falsch gelaufen ist. Ich meine, um das geht es doch. Wenn dann nichts Entscheidendes zum Spiel beiträgt, keine entscheidende Flanke gibt, keinen entscheidenden Schuss abgibt oder irgendeinen entscheidenden Block, dann ist das kein wertvoller Spieler. Dann soll ein Marathonläufer werden. Oder? Um das geht es ja ein bisschen. Und darum sage ich irgendwie, macht es nicht komplizierter, als es ist. Und weisst du dann auch die Taktik? Ja, du spielst mit 3er Kette, 4er Kette, nein, mit 5er Kette. Und alles spannend. Also ich habe sehr viel gelernt mit den Trainern, die ich zusammen gearbeitet habe. Und da kannst du schon einige Sachen machen mit. Aber bleib einfach. Weil es muss immer noch einer auch verstehen. Er muss es auch umsetzen können. Das haben wir ja schon mal gehabt. Ob die Spieler von heute alles das neue von den Laptop-Trainern, ob die das alles verstehen. Ich glaube, eben die, die jetzt so eine Ausbildung machen, das ist definitiv nicht deine Generation. Die können das schon das meiste mit. Die verstehen das schon. Ja, das ist auch richtig. Aber die grossen Trainer, das sind gute Menschen. Ja. Also weisst du, am Schluss, das ist wie ein Teamführer in einer Firma. Wenn hast du einen coolen Chef, oder? Wenn du merkst, der kümmert sich einmal um dich, wenn er merkt, dass etwas nicht gut ist und nicht einfach etwas von dir verlangt, was du halt machen sollst. Ob das der Klopp ist oder sonst irgendein Trainer, Guardiola, wie sie alle heissen. Das sind gute Menschen. Bin ich überzeugt. Sehr wahr. Die Saison ist fast vorbei. Fast alle Entscheidungen sind gefallen. Es geht noch um den letzten Platz in der Super League. Die Barrage-Spiele sind noch. Wenn du von Trainer redest, Jerry Sejuane, der jetzt IB verlässt, nachdem er IB zum wiederholten Mal zum Meistertitel geführt hat, mit 31 Punkt Vorsprung. Ein guter Trainer. Muss er sein. Offensichtlich. Ja, also gut, ich habe ja nicht mit ihm zusammengeschafft, aber wenn einer vier Meistertitel hat, hat er den ersten Tag der Hütter geholt. Er hat drei geholt und hat sicher eine gute Basis angetroffen, weil IB im Moment das Mass aller Dinge ist im Schweizer Fussball. Sie machen sehr viel das Richtige, haben aber auch, sagen wir mal, die Zustüpfer durch die Champions League oder auch die Euroliga haben ihnen natürlich geholfen. Auch in dieser Pandemie natürlich. Aber ich glaube schon, er ist ein sehr konsequenter Mann, konsequenter Mensch, so wie er das durchgezogen hat. Und auch so etwas, was man irgendwie so ein bisschen gehört und spürt, muss auch ein guter Mensch sein. Und folgerichtet, dass er jetzt nach drei Meistertiteln mal in die Bundesliga wechselt. Ja, das schon. Was willst du noch machen? Ja, nein, das ist ja genau das Thema. Also weisst du, ich möchte mir etwas schnell zum Thema IB sagen. Also weisst du, wenn du auch siehst, ich meine, sie sind ja fähig gewesen, natürlich auch nicht auf einem grossen, sondern auf einem breiten Kader, immer wieder zu rotieren. Also das muss schon auch gewisse, sagen wir mal, eine Chemie in dieser Mannschaft muss gestimmt haben. Weil, die hatten ja nie Theater gehabt. Gut, sie hatten so viele Spiele gehabt. Natürlich auch europäische und alles, weil sie ja noch ein bisschen auf Amsterdam gekommen sind. Aber das musst du auch lenken können. Da kannst du nicht einfach sagen, weisst du, das interessiert mich nicht, der andere spielt. Sondern du musst auch Gespräche führen und das musst du, also da musst du einen drauf haben, glaube ich auch. Entschuldigung, weil ich dich unterbreche. Absolut. Nein, der hat sicher Qualitäten dort und kann die jetzt in der Bundesliga aus. Wie hast du Cezanne erlebt? Man sagt ja ganz, ganz, ganz langweilig, weil es ist immer schon von Anfang an klar gewesen, wer der Meister wird. Ja, ich sage es so, also ich habe mich in diesem Jahr, und das ist ja so ein bisschen ausserordner, aber hätte vielleicht auch mit dem zu tun, wer jetzt mittlerweile überall Trainer ist, weil ich die alle kenne. Dann habe ich miteinander gegenseitig gespielt und dann habe ich irgendwie... Ähm, die Challengeliga habe ich brutal cool gefunden. Extrem spannend. Also oben wie unten. Also das ist ja bis zum letzten Match, oder? Und jetzt auch die Super League auch. Ich sage einfach, es wäre spannender, wenn ich nicht wäre. Also können wir die irgendwo anders schütteln? Oder so. European Super League? Ja, nein, aber schau mal, ich meine, da hättest du hinten dran ... Es ist extrem spannend. Im ersten Platz, also wenn ihr das IB nicht hätte, hättest du im ersten Platz Basel, Servet. Drei Punkte vor Servet, vier Punkte vor Lugano. Also das wäre mega geil. Alles im Bereich. Und vor allem hat Basel auf Waduzzo auch nicht viel Vorsprung, oder? Äh, nein. Viel weniger Vorsprung als IB auf Basel. Eben. Also der zweite auf der zehnte hat, glaube ich, halb so viel Vorsprung wie der erste auf der zweite. Ja, und jetzt hast du noch das Paras-Spiel, wo ich, ich finde das super. Also gerade, ich muss da das Ränzli wenden, meinem ehemaligen Mitspieler Marco Walker. Es ist so irgendetwas wie Normalwurte in Sion. Ich weiss nicht, wie ihr das erlebt habt, aber es ist so eine Ruhe in die Zeit, als er Trainer ist. Also von den Interviews und was er auch gemacht hat und die Mannschaft beruhigt in ihren Bewegungen und auch in den Leistungskurven, hat das völlig abgefangen. Das habe ich extrem krug gefunden. Und jetzt bin ich extrem gespannt, was die dann gegen Thun machen. Ich auch. Also ich hoffe natürlich auf die andere Seite. Ich hoffe natürlich für Thun. Wieso? Ich finde es auch bei Sion Thun-Fan. Ah, das habe ich nicht gewusst. Auf jeden Fall. Nein, ich finde auch, dass es okay, dass der Trainerwechsel wahrscheinlich bei Sion kommen muss. Ich finde es nicht, dass der, also man kann es noch mal sagen, es ist relativ kurze Zeit, Marco Walker hat einiges gemacht. Er hat es eben, wie du vorher schon gesagt hast, wieder vereinfacht, oder? Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht eine spielerische Explosion ist es nicht. Es ist einfach hineinstehen und die Tosetti soll auf den Warholflanken. Das muss man auch machen in dieser Situation natürlich. die Tosetti sind sehr weit hineinstehen. Und sie sind auch sehr, sehr, sehr oft sehr glücklich, dann noch nicht als Verlierer vom Platzgang gegen Luzern zum Beispiel. Ich fange es dort schon an. Ich fange es dort schon an. Ich fange es sehr glücklich. Also ich lasse mich überraschen, wie es da weitergeht. Ich finde es jetzt noch nicht die grosse Fussballerische Entwicklung. Es ist im Abstiegskamplaturen schwierig. Aber vielleicht fange es dort schon an, dass man den Warhol überhaupt aufstellt. Also das hat er zum Beispiel mal verändert. Ja. Du musst aber kein Fussballfachmann sein. Ich habe nichts gegen italienische Weltmeister, weder Gattuso noch Grosso. Aber du musst jetzt nicht ein wahnsinniger Fussballkenniker sein, damit du den Warhol aufstellst. Du bist eher ein bisschen blöd, wenn du es nicht machst. Er war auch noch etwas verletzt. Das habe ich auch nicht vergessen. Die Geschichte. Nicht, dass ich sage, dass der Grosso blöd sei. Also überhaupt nicht. Aber ich sage einfach, das zeigt einmal mehr, du musst die Fussballwelt in der Schweiz auch kennen, wenn du da schaffst. Und ich glaube, das ist eher ein kleines Problem sein, dass der Bezug und auch das Wallis, ich meine, das ist für ihn nicht das Wallis, wie wenn wir sagen, du schuttest im Wallis. Sondern es ist für ihn einfach, ja, du hast Wallis. Oder? Und darum meine ich, das ist eigentlich so die grosse, die grosse Entwicklung vom CC, dass er einfach mal den Johnny, den Marco hinstellt hätte. Das finde ich eigentlich die grosse Entdeckung. So, und jetzt kommst du irgendwie... Der Johnny, jetzt kommst du... Ja, ich habe irgendwo auch ein Stichpro. Der Johnny Walker. Gut. Ja, das ist ja... Das war ein Insider gewesen. Ja. Das war wirklich die Zeit lang vor. Ja, ich habe ja etwas zum Denken gegeben. Nein, und das finde ich eigentlich so schön, dass eben... die Einfachheit, und wenn wir dann nachher das Thema, was wir vorhin diskutiert haben, wo man sagt, komplizierter, komplizierter... Ich glaube einfach, der Output ist nicht grösser, je komplizierter du es machst. Es ist kompliziert genug. So musst du es sehen. Und darum irgendwie der Johnny jetzt in Wallis, das finde ich absolut cool und richtig. Und vielleicht zu dem, was du sagst, Glück. Ich weiss, es gibt kein Glück. Nein, es gibt kein Glück. Aber ich meine, das finde ich gegen Luzern. Das müsste ich eigentlich 7-0 verlieren eigentlich. Und jetzt gibt es halt das eine... Ja, Moment. Aber die Luzerner haben ja das auch. Wenn sie das Goal nicht treffen, oder der Fick den Charles hat, dann ist das halt so. Also weisst du, irgendwo zu sagen, ja, die sind unfähig oder die anderen haben noch mal Glück, das ist so. Schau das Spiel an. Und wenn der eben die 100-prozentige, also die ja nicht 100-prozentige ist, nicht verwertet... Der Totomat lügt eben nicht, he? Dann sind wir wieder bei diesem Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, der finde ich auch ein bisschen überholt, gell? Ja, der Totomatik. Aber am Schluss, wenn wir es vereinfacher hören, ist es natürlich richtig. Ja. Aber wir haben jetzt noch einen grossartigen Abschluss von dieser Saison mit einer Barrage-Tourn gegen Simon, was auch interessant ist. Ich finde ich als Partie eine super Barrage, genauso wie ich das Goethe-Finale in Luzern, in St. Gallen, eine super Kombination von Mannschaften die sich getroffen hat in einem entscheidenden Spiel. Es ist ziemlich so, das Gegenteil trifft so ein bisschen aufeinander. So die einfache, hämzärmelige, Turner, bescheiden, alles Wüste. Und du hast einen Präsidenten, der es seit Jahren am Laufen hält, mit viel Geld, viel kuriosen Entscheiden, überhaupt nichts Nachhaltiges, viel Wechsel, Spieler kommen, gehen wieder, ohne dass sie ein Spiel gemacht haben. Und ja, Sion holt einen Noir, oder irgendwelche italienische Weltmeister und Thun holt Leute von Breitereien und von Bündnitz. Ich möchte ein Wort zu beiden verlieren. Thun finde ich, was Andres Gerber und auch der FC Thun über die Jahre gemacht haben, das ist fantastisch, mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben. Da musst du den Hut bis zum Boden ziehen, weil das ist schwierig. Das ist richtig Arbeit und das ist richtig auch, da musst du etwas von Fussball verstehen, damit du das anbringst. Da musst du sehen, was ist möglich mit den Jungs und da musst du einen Trainer haben, der das sieht und alles. Auf der anderen Seite, der CC, stell dir mal die Zupplung vor und in der CC. Ja, klar. Also weisst du, wir sprechen von Entertainment, von Unterhaltung. Es braucht so Menschen. Das ist wie Mario vorhin ansteht und sagt, wir sind nicht einmal fähig, das Mikrofon auf die richtige Höhe zu stellen. Das braucht es. Und ich finde, wenn wir wollen, wir sind nicht in dem Sinne ein Fussballland. Von der Begeisterungsfähigkeit und vom Wert. Ich sage immer, du hast ein Dreieck, das ist Sport, Wirtschaft, Politik. Und in Deutschland funktioniert das Dreieck, bei uns ist das nicht so. Das liegt auch an unserer Mentalität, wie wir sind, wie wir das bewerten. Bei uns sind in der Neutralität sehr viele Sportarten gleich zu werden. Weil du willst niemandem auf den Fuss zu schlagen. In Deutschland ist das nicht. In Deutschland gibt es Bundesliga. Und vorhin arbeitet es den Bundestag ab, bevor es die Bundesliga abschafft. Das kann aber sicher sein. Und das meine ich irgendwo. Das braucht solche Typen. Und das ist langweilig ohne. Warum sollen wir in den Fernsehstellen nur, weil sich 11 gegen 11 den Ball zuschieben? Ja. Eigentlich kann man ja sagen, was wünscht man sich? Was soll jetzt belohnt werden? So etwas wie Sio, der vielleicht ein Farbtupfer ist und der nicht jetzt wahrlich, nicht rational wirtschaftet und einfach irgendetwas macht, dafür Schlagzeilen unter Entertainment liefert. Oder Thun, wo man eigentlich das belohnt, das Fleissige, Schaffen, Bescheiden, Bescheiden mit ihm nicht mehr ausgeben als man hat, alles muss irgendwie passen. Das macht der CC auch nicht. Er geht nicht mehr aus, als er das hat. Würde ich jetzt behaupten. Ja, ja. Aber es ist noch die wirtschaftliche Desaster. Aber was ist jetzt besser? Was ist cooler für die Liga? Du musst es sehen, es sind zwei verschiedene Systeme. Ja, es sind total verschiedene. Ja, Thun ist etwas, was von dem lebt, dass sie etwas aufbaut, dass sie etwas weiterentwickelt. Der CC hat einen ganz anderen Hintergrund. Der will kaufen und verkaufen. Der hat eigentlich einen Marktladen mit lauter Spielen drin und sagt, da habe ich einen und den nimmt mit, warum wir tauschen. Das ist sein Ding. Ja, ja. Dass du unter dem mal einfach, weil du nichts weiterentwickeln kannst, also der Mannschaft entwickeln, ist extrem schwierig, weil du kommst, ich meine, die haben manchmal ein Kader von 35 Leuten. Ja, und es kommen wieder sieben neue. Ja, und dann gehen wieder irgendwie zwei. Aber das ist wie Panini-Bildchen sammeln. Der CC hat einfach genug Geld, damit er nicht die Bildchen sammeln muss. Er kann es einfach gerade die ganzen. Die habe ich früher gehasst. Die will die Box kaufen. Ja, du kannst irgendwie mit deinem Sackgau drei in den Säckchen posten und die anderen mit der Schachtel mit der Schachtel mit 100 oder so. Ja, aber die Qualität ist doch die, dass du am Schluss gleich das Heftchen vor allem an Erfolg hast. Nur um das geht es im Falle. Ich habe mehr taunmässig Panini gesammelt. Der CC hat einfach viel Doppelstil. Das ist so. Das ist so. Das ist aber kein schlechter Vergleich. Ja, ja. Also komm, wir schauen mal Challenge League. Klar hat sie mich das ja noch etwas mehr interessiert, aber sie fängt einfach auch eine geile Liga an. Also gute Mannschaften, auch Figuren. Also du hast Alex Frey, Bruno Berner, alles Spieler, die du auch gekreuzt hast in deiner Zeit, wo jetzt Trainer oder gewesen sind in der Challenge League. Wie hast du die so etwas verfolgt? Wie gesagt, ich habe zu allen so etwas, eben gerade den Bruno oder auch den Alex, habe ich auch mit dem Alex in Basel ein Tu18 zusammen gemacht. Das war natürlich mega lustig. Und mit dem Bruno habe ich auch ab und zu mal ein Telefon. Da würde ich jetzt viel sagen, was mit dem Alex war es lustig. Es wissen ja viele nicht, dass der Alex Frey eigentlich ein lustiger Mensch ist. Ja, du musst den Alex einfach ein wenig kennen. Und ich meine, das ist ja vielfach, da siehst du einen im Fernsehen und sagst jetzt, okay, was ist denn Marius Müller für ein Mensch? Keine Ahnung. Ja, nein. Du nimmst etwas wahr und ist jetzt der lustig oder nicht lustig? Also ich glaube einfach, wir kennen ihn so lange. Ich habe ihn kennengelernt, er war 18, glaube ich, und hat das Probentraining beim FC St. Gallen gemacht, 1997, glaube ich, irgend so etwas. Und ich habe mit seinem Onkel zusammengeschautet bei Wettigen mit Martin Frey. Und ja, das ist so eine Beziehung, die sich über die Jahre entwickelt hat. Und gerade, als wir zusammengearbeitet haben, ganz extrem zusammengearbeitet haben, war das echt spannend. Also ich habe sehr viel gelernt auch. Und ja, er kann lustig sein. Einfach auf seine Art und du musst ihn aber verstehen. Und Bruno Berner? Also nicht in Sachen lustig sein. Er ist auch lustig. Nein. Entschuldigung. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, er ist jetzt schon bereit für einen grösseren Verein langsam. Ja gut, das zeigt ja auch, dass er seinen Vertrag nicht verlängert. Und man sagt so, jetzt schau mal, finde ich ganz legitim. Ich glaube, er hat auch, und das ist natürlich eben die Mannschaften wie Kienz, wo effektiv auch, ich kenne auch den Werner Baumgartner, einen ganzen fantastischen Menschen. Das ist der Präsident. Entschuldigung. Und ja, die machen mit etwas Kleines, versuchen sie immer, das Maximum auszuholen. Sie müssen auch jedes Jahr die Besten abgeben, weil wo gehst du einkaufen? Also gehst du dort, die, die eh Geld brauchen, also gehst du Kienz und so. Wenn sie deine Hände nehmen sie weg. Und das finde ich schon beachtend, sehr beachtend weiss. So sagt man das überhaupt? Beachtlich. Beachtlich, Entschuldigung. Ja. Wir helfen jederzeit. Ja. Aber wir können, oft können wir einfach auch nicht. Nein, und äh, so Trainer suchst du natürlich auch, die entwickeln. Wird Bruno Werner den neuen IB-Trainer? Er ist jetzt auf der Liste der Kandidaten nicht ganz unten. Nein, natürlich nicht. Aber da musst du den Wusch auffragen. Die Liste ist wahrscheinlich lang. Ja. Da musst du den Wusch auffragen, weil die haben ja in dem Sinne keinen Stress jetzt. Sie können sich jetzt in aller Ruhe daran setzen und sagen, okay, wer will jetzt den Trainer? Und da gibt es viele, aber das ist immer das Gleiche. Er hat auch eine einfache Taktik. Ich weiss nicht, habt ihr von dem Film gehört, der jetzt im Kino läuft? Ja, habe ich gesehen. mit der Kameras in der Kabine sind, auch beim SC Kriens, der uns ja zwei überraschende Sachen bietet. Einerseits, dass Nico Sigrist komplett ausdecken konnte. Das hat mich schon einmal überrascht. Der ist ein sehr angenehmer Zeitgenoss eigentlich, weil er nicht das Fussball-Libli hat. Er losst uns regelmässig. Das ist Bruno Werner. Seine Taktik ist ja, macht einfach, was ich sage, dann gewinnt er. Ja. Ja. Ziemlich einfach. Aber das musst du ja, als Selbstverständnis, als Coach, musst du ja genau das haben. Du musst ja genau das von dir das Gefühl haben, dass wenn sie genau das umsetzen, was du sagst, dann kann es eigentlich nur gut kommen. Ich weiss nicht, wie kommt das an bei den Spielern? Ich kann vielleicht noch eine Anekdote erzählen von Hans Meyer. Ja. Bei Gladbach. Dein Trainer war dort. Mein Trainer war dort. Und das ist etwas vom, sagen wir mal, das Beste, was mir passiert ist im Fussball, dass ich ihn kennenlernen durfte, weil er ist eine fantastische Persönlichkeit. Und Hans sagte, bis ich das mal check hatte, das war noch witzig, wir haben eine überragende Halbzeit gespielt, in irgendeinem Spiel, führte 1-0. Ich muss wirklich überragend sein. Nein! Nein, die Pointe, du musst jetzt auf Pointe warten. Okay, gut. Und dann kommst du in die Kabine und denkst, cool, lässig, alles in Ordnung und so. Dann kommt da rein und schiesst uns zusammen. Dann denkst du, was geht es denn bei dir genau? Sagst du auch nichts, weil wenn Hans gerettet hat, hast du nichts gesagt. Ja. Dann gehst du raus und sagst das und so. Dann gehst du den Matsch, machst du eine riesige Scheiss-Halbzeit, bist du 2-1 hinten, oder sogar von mir aus 3-1. Dann kommt rein und sagt, hörst du die Jungs ganz einfach. Jetzt machen wir das, das und das und so und so. Oder? Und dann gewinnen wir das Spiel. Und das war genau so. Oder gerade vor allem zu Hause. Weil los, jetzt haben wir nicht so viel gewonnen. Ja. Aber bis ich gemerkt habe, dass er eigentlich immer das Gegenteil von dem macht, was du erwartest, das ist ein Zeitpunkt gegangen. Weil natürlich in den Emotionen ist es immer anders. Emotionen sind immer anders. Und das ist eigentlich spannend. Und in dem Sinne, ja, der Hans hat das auch gemacht. Er hat gesagt, mach das, das und das, so und so machen wir es. Und dann gewinnen wir das Spiel. Dann sind wir aus und haben das Gefühl gehabt, ja, dann gewinnen wir das Spiel. Also haben wir das gemacht, was der Hans gesagt hat. Wenn man es ihm glaubt, ja. Ja, aber das hat natürlich mit der Glaubwürdigkeit. Und Bruno hat eine Glaubwürdigkeit. Er hat eine sehr hohe Glaubwürdigkeit, weil er das, was die Jungs da machen, das hat er alles selber gemacht. Und nicht auf tiefem Niveau. Ja, also wenn du in England, in Deutschland... Ja, ja. Absolut, ja. Das ist schon etwas. Mein Aussenverteidiger, der Nazi, dem hast du ihm bald zuspielen können. Ich war aber froh, wenn er ihn nicht zurückspielen würde. Dann sind wir ja vor allem wieder so weit. Wenn das wirklich so wäre, dass der Berner zu IB geht, dann haben wir ja, weisst du, wie Wolfgang Wolf bei Wolfsburg, dann haben wir da wenigstens den Berner bei... Bei den Berner Young Bulls. Oh, wow. Er hat jetzt nicht erwartet. Es ist einfach so gekommen. Es ist eine Spontanzi. Vielleicht kommt dann noch Mario Basler zum FCB. Aber das bezweifle ich. So zeich. Und GC müsste jetzt irgendeinen Zürcher suchen. Als Trainer. Oh, GC, aufgestiegen. Das lässt mich sehr kalt. Es ist schade, das zu sagen, für mich als Supporter von diesem Verein eigentlich. Mir ist es wirklich egal, wie geht es euch mit... Also grundsätzlich theoretisch, ich freue mich, dass GC wieder oben ist. Dann gibt es wieder Derbys und so. GC gehört natürlich in die Super League, logisch. Aber es ist halt einfach... Ist das noch das GC? Nein. Nein, ist es nicht. Also da müssen wir nicht darüber diskutieren, als ich Fussball angefangen habe. Das war das GC mit Martin Brunner im Goal, mit Andi Eggli, mit Charlie Inalbon, mit und, 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 und. Natürlich ist die Geschichte dazwischen. Wir sind jetzt mal 20 Jahre her und sie sind immer noch Rekordmeister. Du musst sagen, ein grosser Verein. Ich glaube aber einfach, sie müssen sich das auch wieder erarbeiten. Das ist möglich, wenn nicht Ruhe reinkommt, wenn man jetzt irgendwo wirklich mal etwas planen und wirklich etwas durchzieht und nachzieht. Für mich ist es wieder etwas anders, weil ich kenne den ein oder anderen Spieler, den ich mag. Und darum habe ich mich für dich getreut. Wer jetzt dort sind? Ja, ja. Also z.B. Dominik Schmid, der damals Fassel in der U18 hatte. Und auch Matteo Matic, der ist bei uns noch unter dem Vertrag mit den Händen. Ja, und du merkst, sobald du irgendwie über persönliche Beziehungen hast, ist es einerseits schwierig, darüber zu reden, weil du nie mit einem wehtun. Du musst auch nicht. Und das andere ist einfach, aber es gibt irgendwie positive Beziehungen, die sagen, hey Jungs, wenn du einem schreibst und sagst, hey, ich gratuliere, ich finde es super cool für euch und so. Ja, dann ist das etwas Schönes. Wie machst du denn das? Also du hast ja so viele Leute begleitet, also irgendwann mal getroffen in deiner Karriere. Das heisst, egal wer gegen einen spielt, du wirst wahrscheinlich in beiden Mannschaften irgendwelche Leute haben, die du kennst oder lässig findest. Das ist definitiv so. Du musst immer abwägen. So, ah, die haben drei, die ich nett bin, die anderen auch nur zwei. Also ich mache es nicht nach der Anzahl. Aber ich wäge mich dann in Neutralität. Weil gestern ist auch Peter Zeidler kenn ich ein bisschen und wir haben ab und zu einiges Gespräch. Es sind ja viele, und auf der anderen Seite eben Dave oder auch Marius. Du hast auch mal bei St. Gallen gespielt. Ja, natürlich. Aber ich sage, das ist natürlich auch schon eine gewisse Distanz dazu. Mhm. Und wenn dann so, die persönlichen Beziehungen finde ich immer einfach, das sind die Wichtigen. Also weisst du, ich bin nicht per se einfach ... Natürlich ist irgendwie Gladbach für mich eine wichtige Zeit gewesen und sie haben mir extrem viel ermöglicht. Ich hatte eine extrem schöne Zeit und es war extrem spannend. Äh, aber dort habe ich jetzt gleich noch einfach ... Ich kenne viel mehr Leute. Also die ganze Geschäftsstelle ist zwar dort mit 30 Leuten und heute sind die 120. Oder? Also von 2004 bis, äh, haben die etwa drei, viermal so viele jetzt auf der Geschäftsstelle. Aber das sind Menschen, die kenne ich. Oder? Also das ist eigentlich, das macht es aus. Persönliche Beziehungen, finde ich ein gutes Stichwort. Ich möchte zum Thema persönliche Beziehungen und zu GC auch noch etwas sagen. Leider ist genau das passiert, was ich befürchte. Es ist völlig Zeit davon gelaufen. Wir sind am Ende der Fernsehsendung. Wir haben noch ganz viel zu besprechen mit Jörg Stiel. Er bleibt noch ein bisschen. Also wenn ihr weiter bei uns sein wollt, hört den Podcast als Audio. SRF.ch, das ist Audio, Spotify, wo immer ihr wollt. Äh, in zwei Wochen, Jubiläumssendung, die 50. Äh, mit dem Mann, der schon bei der Ersten dabei ist, mit dem Benz Friedli. Und sie ist dann auch die letzte vor der EM. Und dann kommen wir ein bisschen regelmässiger. Sikora Gisler, der Fussball-Podcast. Sikora Gisler! Präsentiert von Tom Gisler und der Meme Sikora. Sikora Gisler!